Dann kommt blaues Glas. Ich habe hellblaues Glas und ich habe dunkelblaues Glas irgendwann mal. Das ist nämlich blauer Farbstoff. Ich könnte also auch dunkelblaues Glas machen. Oder ist das hellblaues Glas oder was? Das hellblaues Glas. Okay, wir können hier kurz ein dunkelblaues Glas machen. So. Viel einfacher. Danke. Weil grün habe ich noch nicht. Für grün bräuchte Taktus und die habe ich noch nicht. Daher warte. Blau, grün, hellblau, dunkelblau. Lila, agenta. Eis? Guck mal. Kommt hier lila und dann magenta oder erst magenta und dann lila? Glaubst du jetzt lila oder magenta? Oh, warte. Jetzt habe ich ein Problem. Ups. I'm a fool. I'm a fool. Jetzt sehe ich gerade, aber hier. Kommt lila jetzt hin. Genau wie jetzt da nämlich schon hellblau hinkommt. Das heißt, hier kommt bereits dunkelblau hin. Nein. Oh mein Gott. Ich drehe durch. Also muss ich haben, jetzt muss ich ein Glas holen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mir das Glas, das ich habe. Muss ich aufpassen. Fürs Erste. Okay. Ach, nicht nur schon wieder. So. Das heißt, jetzt kommt hier lila. Das ist lila oder ja. Es kommt hier lila rein. Was auch heißt, dass da jetzt mal keiner draufkommt. Und oben rein jetzt. Mal verweist lassen. Ich meine, ja, I guess. Ich stört mich jetzt extrem, dass ich kein Blau habe. Kein Weiß haben. Kein Weiß, kein Grün. So, das würde ich sagen. Workbench. Mainz. Kommt da hin. Das Glas ran, das Glas stört. Sortiere soll nicht, weil ich kann man was noch Tieren habe gerade. So, passt. Ein mit euch. Ah, nein. Ich bin heute in die Kiste machen. So, zwei Kisten. Zu einer ganzen Kiste. Achso. Ach, halt, ich komme durch den Stellen. Wo denn? Darunter. So. Klick, klick, klick. Nicht du. Klick, 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 klick. Die Farben, ein Gemälde. Die Farben kommen ja unten. Oh, geht doch. Halt, verfliegt, ey. So, jetzt will ich kurz die Waffe angucken. Und zwar, ich muss bedenken, ich brauche mindestens die Helostome. Okay. Für die Kampf. Ich habe Schwerter. Brauche ich mindestens zwei. Habe ich. Oh, Rüstung. Habe ich genug für eine Rüstung? Ja. 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 Ja, habe ich. Sehr gut. Gut, habe ich da auch schon mal. Der Mann kann weg, weil die brauche ich erstmal nicht wieder. Jetzt gehe ich erstmal nach unten. Und bringe kurz die Sachen weg hier. Verdiene natürlich auch. Ich werde es natürlich tragen, weil ich brauche es gar noch nicht. Und die rein. Ja. Klick. So. Raus mit dir. Passt. Und was ist der Stock? Hellgrau. Entschuldigung. Da. So. Und ich hätte gerne einen perfekten Bogen. Der ist perfekt. Der ist fast perfekt. Perfekt genug bis erster. So. Jetzt gehe ich runter und hole mir die ersten Verzauberungen, die ich brauchen werde. Noch nicht alle. Erstmal die die Hohlenkampflevel 3. Das heißt, ich brauche Lapis. Und pack jetzt meinen Bogen rein. So. Ich hätte gerne, wenn es geht, Stärke. Klingt nicht schlecht. Aber ich will nicht Stärke. So. Haltbarkeit. Brauche ich auch nicht. Schwungkraft auch nicht. Ach, na gut. Guck mal, ich war das nochmal kurz. Haltbarkeit. Wasserläufer. Schutz. Haltbarkeit 3 klingt nicht schlecht. Aber das ist für Schuhe. Das ist die beste Idee. Helm. Haltbarkeit. Schusssicher. Schusssicher 2. Ja, nehme ich. Für den Kopf. Schusssicher 4. Und Haltbarkeit 3. Perfekt. Haltbarkeit. Schusssicher 3. Schusssicher. Die Schuhe. Explosionsschutz. Der ist gut. Den brauche ich. So. Schwertag kann ich noch nicht holen. Haltbarkeit. Schärfe. Schärfe 2 klingt nicht schlecht eigentlich. 2 klingt ganz gut. Mal dir. Verbrennung. Braucht euch nicht. Schärfe. Klar ist auch nicht so okay. Effizienz. Effizienz. Effizienz wäre gut dafür. Das Klippbogen normal. Haltbarkeit. 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 Das heißt, ich bin jetzt in Fächte mit. Endlos ist nicht wichtig. Empfindet die ist nicht wichtig. Einfragen. Ich habe ja nicht viel Bogen. Weil ich habe Pfeile erstmal. Ich will nur die Waffen und soll es noch richtig haben. Das heißt, ich bin jetzt schon mal mit. Ich lasse ich hier. Und ich habe es in der Sommelbrich. Euch lasse ich hier. Aktuell wollen wir noch nicht. Aktuell wollen wir noch nicht richtig. ich brauche das hier ist auch das hier im ersten schwerte mit dem fall und so pfeile ich brauchte euch nicht weg natürlich immer und sagen auch nicht so wurde spitzhacken fall brauche ich hoffentlich 2 so schaufeln habe ich auch nicht klamotten die ich habe sind okay schuhe könnte ich noch welche machen kurz goldene für aber ich die brauchen werde weil ich habe keinen bock für diesen vier jahren getötet zu werden die an zeit passt aber muss nicht sein dafür ist nicht wichtig genug für mich ich nehme euch mal mit ich werde mal tauschen noch mal mit dem ich meine ganze schuhe ich paar sachen so ich brauche ich nicht ich lasse jetzt mal hier eine mission um zu holen ist eine mission um zu machen den rest brauche ich also aus der lab ist denke auf den klassen leichen essen brauche ich brauche ich nämlich mit vier mal und ja ja warum nicht ja ja warum nicht eigentlich schlecht und ich habe keine schlechte idee allein schon falls ich meine gifte auch kriegen würde dafür ist honig eigentlich gerne so verkehrt weg mit dir und rein da ok ziel ist erstmals portal ziel ist es brutal wo ich die loren kämpft habe das ist erst mal so ziel und ich weiß wie ich da hinkomme deswegen au nicht so schlimm hier geht das mit da hin feuer schutz nehme ich obsidian ja ist ok also einschmeißen das buch mit was sehen läufer ok spannend nehme ich mit obsidian vielleicht irgendwann spektralfeile von dem bin ich immer fan deswegen bin ich froh dass ich die habe jetzt die finde ich immer gut ok wir haben nether ziegel ja meinetwegen i guess ok seelensand ja ok i guess crying obsidian der ist schön weint obsidian finde ich immer schön der gefällt mir ja obsidian ok ich hätte noch ein paar pfeile wenn es geht nein das ist noch ein obsidian ok 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 ok